Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator auf der FDR Logging Map hier im Forstprojekt, in Mitte dem Fusi Hallo dem Werner von den Burning Gamers Hallo und den Sachsen-Netzplayer Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Verlad mal hier weiter den langen Anhänger, ne? Wo ist die nicht? Kann das sein, dass der Frontlader weiter hochkommt wie der Radlader? Meinst du? Der Radlader, den Fanganhänger beladen war jetzt gerade eine Karte Der Frontlader geht jetzt ja nicht relativ gut Nehmt drauf an, bei dem Radlader ist, wenn die Schaufel nach unten, die Dings nach unten zeigt dann ist tatsächlich nicht weit über dem Boden, ja den du gerade stehen hast, oder nach oben, dann geht das schon eigentlich relativ hoch Oh my god Und So, Wendi, was hast du uns denn zu erzählen? Hm, also dass ich gerade auf den zweiten Monitor gucken muss, wenn ich jetzt hier zurückfahre, weil ich es sonst nicht sehe Geht es nicht? Weil es halt auf den neuen Monitor, ne, ist das halt alles wirklich dunkel, ne? So wie es halt aussieht So wie es halt aussieht So wie es halt aussieht Du sollst ja eigentlich so noch bestimmt eine sehr dreckige Brille auf? Ne, definitiv nicht Geh mal sauber deine Brille? Lass die immer sauber Du willst bestimmt am Dach gehen an, 10, 20 Mal Boah Hey, ich hab nur den Langholz erstmal beladen Achja, okay Wie, bis Nachschub kommt? Hier steht alles voll, Jungs Ja, genau deswegen, was soll ich hier machen, wenn alles voll ist? Ja, abholen hier Achso Ich bin doch schon da, der wägt auch nimmer, Wille Du hast nichts mit Hexerei Hexerei Nichts mit Hexerei 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 Oh, okay So, dann das weg Dann das da drüben mal holen Und dann erzähl ich dir mal was schönes Ähm Erzähl uns doch jetzt was schönes Ne, ich muss die Kacke erstmal kurz einheben Kann er ja nicht Wenn er aber gleichzeitig was macht, kann ich sich konzentrieren auf zwei Sachen Achso Sonst fliegt uns das den gleich im Ohren Aber ich auch nicht So So Hast du denn was schönes gemacht, wenn er am Wochenende? Ne, lass mich kurz überlegen Aufgenommen, viel aufgenommen Alter, viel auf... Auch sonst? Ne Aber das gute ist, wenn man am Wochenende viel aufnimmt, hat man unter der Woche mehr Zeit Das stimmt Du mir dann aber immer irgendwelche anderen... Wow lol Irgendwelche anderen Projekte Das ist immer schlimm Weil ich Zeit habe Ich höre für sie Hier ist jetzt... Hier ist jetzt... Der... Jetzt ist hier der Radlader weg Und der Trecker mit Frontlader ist weg Wie soll ich... Wie soll ich denn jetzt das Ding hier beladen? Oh Mann Mit dem kleinen Ding voll Hast du dir alles genommen für sie... Alles, was du jemals hattest? Ja, alles... Hast du dir jetzt weggenommen? Alles Wow... Wow... Hätte nicht Also... Also... Was YouTube-technisch angeht Ähm... Muss man ja wirklich sagen Wir haben halt gerade so einen Zeitpunkt auf Wo... Also es ist ein Tag nach den... In den... Äh... Staaten... Und einfach das Datum übersetzen davon Was... Dann hier... Dann irgendwas Ausländisches... PewDiePie... Wie jeden Tag... Ach... Donald Trump... Hättest gedacht... Ähm... Breiburg... Bayern München... 1 zu 2... Irgendwie Handball... Ach ne... Altes Fußballschöger... Extra 3... Die Daily Show... Ist auch mal der Amiland... Oh... USA... Hättest gedacht... Kratzer im Auto... Ich fahr ruhig... In Scope 21... Aber ich habe gedacht... Du hast ein... Du hast ein Thema... Aber du liegst jetzt gerade über die Trends vor... Richtig... Komm 22... Also die YouTube Trends sind ja eigentlich theoretisch... Sind ja eigentlich theoretisch ein Thema... Hab gedacht... Du hast mal ein anderes Thema... Hm... Drachenlord... Also nicht mein... Mein... Schönes Thema... Drachenlord ist ein schönes Thema... Nee... Aber äh... Doch... Die Menschen können theoretisch studieren... Aber äh... Es gibt's nur mehr... Den Kaffern... Aber das ist krank... Echt... Ohne Witze... Äh... Krank ist zu denen hinzufahren... Und da irgendwelche Scheiße zu machen... Das ist krank... Also für mich ist es... Ist das unterhaltsame Video... Ähm... Also... Natürlich... Äh... Ohne Frage... Ist das unterhaltsam... Also... Äh... Mich interessieren ja nur die Videos... Weil ich... Ähm... Absolut... Ähm... Nicht darüber klar... Oder nicht darauf klarkomme... Wie diese Bude aussieht... Wo er drin wohnt... Das macht sich fertig, was... Das ist halt... Aber... Ja... Da freu ich mich mal kurz... Denk mir so... Alter... Vater ey... Ist meine Bude geil... Und dann denke ich mir aber auch wieder so... Moment... Du hast was zu tun... Äh... Was Wichtigeres... Und dann hat sich das schon wieder erledigt... Hm... Ja ist... Keine... Keine Minute... Keine Minute... Aber... Es ist einfach so... Problem ist... Dass das... Der Grund ist... Warum es die gibt... Weiterhin... Und das ist halt das... Und das... Sollte es mal erenden... Auch mit dem Drachenlord... Da sagen ja viele... Dass es ein schlimmes Ende nimmt... Und es ist jetzt passiert... Genau das... Was man damit bezwecken will... Wir unterhalten uns darüber... Ja... Das ist ja das... Wegen... Also dieser... Dieser Drachenlord... Ach... Der ist... Problem ist ja noch... Dass er dem Steuerzahler... Ähm... Einfach nur... Auf der Tasche liegt... Also der ist ja wirklich... Der... Der macht ja nicht YouTube... Als... Oder er verdient kein Geld damit... Ne... Sondern er liegt ja wirklich... Dem Steuerzahler auf der Tasche... Also uns... Bla bla bla... Und dann... Ja... Keine Ahnung... Der bestehende Geschichte... Er nervt mich... Also das ist echt so... Genauso wie Tanzverbot... Tanzverbot geht mit Sicherheit... Auch keiner geregelten Arbeit nach... Nö... Aber ich würde... Aber der würde schon genug Kohle... Mit YouTube... Und Streams machen... Mit welchen Streams denn? Der wird über... Die 7 Minuten langen Streams... Naja... Auf YouTube... Welt... Was auf Twitch... Weiß ich... Ob solche Phänomene... Wirklich Geld verdienen... Mit YouTube... Weil... Ähm... Die Leute schauen... Die ja nicht... Weil... Wie schön er das gesagt hat... Sondern die schauen... Die ja wirklich... Ähm... Gut... Tanzverbot als Beispiel... Hat mit Sicherheit... Auch eine... Pan-Community... Mittlerweile... Naja... Aber der hat auch... 52k... Oder... 230... Das ist ja schon was anderes... Aber Drachenlord... Den schauen die Leute ja wirklich nur... Weil er absolut... Also... An Dummheit ja nicht mehr zu übertreffen ist... Das muss man einfach so sagen... Richtig... Dafür sehr... Dass er selber dran schuld... Aha... Sehr traurig... Irgendwo... Eigentlich nicht belustigen... Eigentlich ist es traurig... Der Typ... Ja... So haben wir den dann halt länger verfolgt... Wechsel das aber sehr schnell... Von traurig... In... Neigentlich... Verdient... Ja... Verdient... Also... Ich find's nicht traurig... Äh... Ich bin nicht traurig... Ähm... Wie es es gibt... Das meine ich... Ja... Das ist ja das Problem... Ja... Aber er denkt immer noch... Er ist der Beste... Und das Maß an der Dinge... Ja... Ja... Das ist ja das... Ich bin nicht so leise... Das ist halt... Fame... Um jeden Fall ist... Ja... Es gibt verschiedene Arten von Fame... Ja... Gibt das Fame... Als Beispiel... Wie zum Beispiel... Leonardo DiCaprio... Meinetwegen... Erfolgreicher Schauspieler... Viele gute... Ähm... Filme gedreht... Multimillionär... Damit geworden... Auf der ganzen Welt bekannt... Und dann gibt's... Fame... Dschungelcamp... Ja... Das ist ja... Fame... Weil ich früher Drogen genommen habe... Weil ich aufgefallen bin... Negativ... Weil irgendeiner meiner Familie... Vielleicht in der Öffentlichkeit steht... Oder sonst was... Aber eigentlich bin ich der Loser... Des Jahrhunderts... Äh... Eigentlich bin ich eine Null... Äh... Einen Pickel am Arsch von der Null... Und mehr nicht... Und mehr hab ich in meinem ganzen Leben... Auch noch nicht erreicht... Das Fame gibt's halt eben auch... Weil's die Leute halt feiern... Ne... Alles ist momentan auch anstößend... Ja... Ich folg das ja nicht... Aber... Okay... Oh... Pfff... Das ist halt... Ach... Keine Ahnung... Der ist der erst... So gut anstößend... Ich bin echt froh... Dass äh... Dschungelcamp zu spät kommt... Dass ich äh... Dass es nicht im normalen Abendprogramm läuft... Oh... Weil das ist echt so... Aber ich bin ja auch... Die Leute... Die ätzen mich so an... Ja... Aber ich bin ganz ehrlich... Ich mag die Lohfink, ne? Gina-Lisa? Ja... Zack, die Bohne! Voll die Bekloppte! Ja... Aber da würde ich auch drauf gehen... Was ist denn die bekannteste Ex-Pornodarstellerin? War das denn eine Ex-Pornodarstellerin? Nee... Nee, nee, nee... Die war bei... Topmodel... Aber das ist... Die ist keine Pornodarstellerin... Ex-Arch! Ach... Ach... Ich glaube, der verwechselt die mit... Ähm... Die, die gestorben ist... Ähm... Ja, ja... Ja, genau... Ach ja, stimmt... Was ihr alle kennt, das ist ja Wahnsinn! Der guter Ex-Cocorer wurde ja ziemlich durch die Medien gezogen... Weil die ist ja damals... Ähm... Umgekommen bei einer Brust-OP... Genau... Die sich da 20 mal aufblasen hat lassen? Ich glaube schon... Ja, das war glaube ich die dritte oder von der Brust-OP... Dann sollte die letzte sein... Und die mit einer Narkose hat was sich hingehauen... Dann war sie tot... Weil halt... Es war eigentlich... Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen... Es war ein sehr sehr hübsches Mädel, ne? Also... Die war bildhübsch... Optisch hatte ich mir... Also war die wirklich sehr hübsch... Ja... Und die war ja auch in diesem Big Brother gewesen... Und... Ähm... Das Problem ist, wenn es halt jeden Tag im Fernsehen kommt... Ist man ja teilweise auch gezwungen dazu... Das doch mal zu schauen... Ähm... Und... Äh... Die war eigentlich auch sympathisch, fand ich halt... Also von ihrer Art... Aber die hat glaube ich... Ehm... 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 Und das weiß ich nicht... Ich hab mal diese Story so gelesen... Von der... Nur mal so über... Ach komm, du hast das Buch... Nein, äh... Du hast ja zu sehen... Die ist... Der hat die damals... Ähm... Äh... Anschaffen geschickt... Ach echt? Ja... Hast du... Also hast du das Buch gelesen... Die Biografie oder was? Ne... Einfach so ein Bericht... Oh, okay... Und das dann damals wo die... halt gestorben ist... Da haben die halt... Ja ihr Leben ja so... Ja, ja, ja... Ja, ja... Und ja... Aber Biografie... Das Showbuch von Dieter Boehling... Hat sich aber jeder angehört, oder? Ne... Das hab ich mir mal gegeben, Alter... Ich hab dann so nach 10 Minuten abgebrochen... Oder so... So, Rally, ich bin unten... Was brauchst du? Ähm... Mich einmal aufstellen... Ja... Ah, aufstellen... Ah, okay... Ah, bleib hier, Drekker... Bist du denn? Oder wo liegst du denn? Ähm... Am Wasser... Ah, ja... Ah, ja... Hallo... Na, 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 na... Na, na, na... Na, na, na... Also, hier nicht... Ich bin nicht alleine... Äh... Er hat sich die Physik gedacht... Wir sind nicht in Hollywood... Hast du den schon abgeladen? Ah, ne... Nein, nein... Wir sind nicht in Hollywood... Wir sind nicht in Hollywood... Weiß ich hab dich am Hänger ab, ne? Ja... Oh... Wenn du mal dazu kommen solltest du den neuen Travel-Ex zu gucken, dann wirst du sehen, was ich nicht... Rubble-Ex oder Triple-Ex? Triple-Ex... Also, den will ich auf jeden Fall sehen, weil... Der Erste war schon geil, der Zweite war scheiße mit Ice Cube, aber... Das stimmt, der Zweite war mit Ice Cube, ja, stimmt... Ja... Und ich hab den nämlich auch gesehen, die Ersten zwei, ich glaube den Dritten dann nicht... Nö, da kam jetzt auch schon kurz raus... So hieß der den nicht hoch, man... Warte mal kurz... Oh... Oh... Du hast aber halt den Bulli mit... Oh... 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 Warum? Ach so, da setzen sie sich wo auch jetzt wo wieder Bollywood oder was? Ja, also so Physik jenseits der Gesetze... Fand ich aber auch bei, muss ich ganz ehrlich sagen bei... Independence Day, da guck ich nicht mehr an Fast & Furious. Also sagen zwar alle, dass sie berufscht wären so, die Teile, aber ach ne. Da kommt der nächste Shopper dann abholen. Nach Tokyo Drift hab ich auch gehört. Ich auch. Tokyo Drift hat mir so gut gefallen, dem fand ich so klasse und dann hab ich keinem mehr geguckt. Ich wollte die Erinnerung an Fast & Furious nicht verderben. In diesem Sinne... Hast du das noch nicht gehört, oder? Sag ruhig dein letztes... Achso, was ich halt bei Fast & Furious immer geil ist, ist der Soundtrack, den die da haben. Der passt halt immer noch. Aber in diesem Sinne sind wir auch erst mal raus, meine lieben Freunde. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, wenn es irgendwelche neuen, tollen Sachen gibt, von denen wir nichts wissen oder wissen sollten. Und schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, tschüss. Tschüss.